Ich kann immer noch nicht. Bei Facebook kann ich immer noch nicht. Da ist immer wieder Bildtatei nicht in Ordnung. Also komme ich jetzt hier rüber. So, äh, süße Julia, ich weiß ja nicht, was ich mag. Julia, warte, du siehst nicht denn mein Einkauf. Ich mag dich. Okay, ich zeige euch nochmal meine Wohnung. Ja, kann ich ja jetzt. So, hier ist mein neuer Fernseher. Also ist kein richtig neuer. Ja, ähm, was zeigen die da? Natürlich nackte Frauen, viel zu früh. Ja, bin ich unmöglich. Voll geil. Du musst dich mir holen. Mein, äh, mein, äh, Alter, ich freue mich an. Schlafzimmer freu dich auch. Ja, ist nun mal so. Ja, bei mir ist nun alles schön. Ja, ha, 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 ha. Christoph, äh, nochmal an dich. Ich hab schon versucht, dich zu überweisen. Äh, ich stell dich noch irgendwie zu doof ein. Ja. Ja, okay, aber, äh, krieg ich noch raus. Äh, äh, es gibt Probleme. Äh, immerhin hab ich Fortschritte gemacht. Ja. Äh, Rolafon konnte ich heute Morgen, äh, jetzt sein, äh, überweisen. Online. Äh, hat endlich hingehauen mit diesem Scheiß-Ding mal, was angeblich so eifer ist, was man nur ranhalten muss. Ja. Hat geklappt. Ja, da war ich auch ruhig genug, ja. Ich bin schon wieder ein bisschen zu hektisch. Äh, ja. So, jetzt nochmal an alle anderen mal. Lasst es euch mitgehen, ja. Weil keiner tut es für euch. Ja, das kann man nur selbst erreichen. Niemand anders kann das, ja. Man kann sich das einbilden. Naja, gut. Okay. Aber letztendlich ist man selber dafür verantwortlich, wie man sich fühlt. Ja. Das muss ich immer wieder deutlich sagen. Ja. Das ist die Wahrheit. Niemand, ja, kann Macht über euch haben, wenn, wenn, wenn ihr ihm gelebt. Ne. Ne. Seid das nicht. Aber ich erkläre schon noch oft, wie man, äh, bequemes Leben haben kann, ohne sich anstrengen zu müssen. Aber, nur für die, die sie wollen. Und auch, äh, nicht alle, äh, äh. Ey, ins Wochenende, hallo. Halt zwei schon. Ich bin ja schon seit gestern am Wochenende. Ich bin ja nur noch am Feiern jetzt. Hahahaha. Freue mich schon auf Mittwoch. Ja. Freue mich am allermeisten. Ich bin mal gespannt, ob ich hier rumbleiben kann. Ja. Die Möglichkeit besteht jedenfalls. Ja. Äh. Hoffe ich jedenfalls. So. Okay. Wie werden sehen. Ja, ähm. Ist alles offen. Ja. Ich bleib natürlich nur hier, wenn ich geheult bin. Ja. Und nicht, wenn ich nicht geheult bin. Das ist nun mal so. Ja. Und jetzt werde ich am Mittwoch klären. Ja. Hahaha. Freue mich auch schon. Okay. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank.